Hallihallo und willkommen zur 21. Folge des FIFA 14 Karriere Modus mit Eintracht Frankfurt und ja, wir starten in die zweite Saison mit einem Saisonbudget von 13 Millionen Euro und 60.000 Transfer, also Dingsbudget, also wie auch immer, ihr habt es ja selbst gesehen und dann geht es heute natürlich nur um Transfers, das kennt ihr ja bei mir immer, das erste Episode in der neuen Saison sind immer Transfers, ihr werdet im Hintergrund sehen, ich werde euch auch nicht alles zeigen, auf was ich geboten habe, denn ja, so viel Geld haben wir nicht, dass auch da das meiste ankommt, sondern ich zeige euch nur das, wo es halbwegs in Verhandlungen reinkam und das geklappt hat oder halt nicht geklappt hat und ja. Zunächst einmal möchte ich kurz sagen, dass ich ja gesagt habe, dass ich eigentlich den Plümpfkarriere wieder starten will, sobald die Eintracht vorbei ist und das wird auch passieren und deswegen jetzt nicht überrascht sein, dass jetzt erst wieder die Eintracht startet, aber ich denke mal, ich sollte es Montag schaffen, dass Plümpfkarriere wieder startet. Für alle die, die sich da freuen, ich denke mal, ich sollte es bis Montag schaffen ohne Probleme und von daher ja, nicht wundern, dass jetzt die Eintracht wieder als erstes startet und von daher, ja, sehen wir uns mal an, auf was wir jetzt geboten haben. Habt ihr gesehen, am Anfang habe ich auf Nicolas Lopez, Stürmer von Udinese, dann als nächstes auf Will Hughes, zentraler Mittelfeldspieler, den wir noch zur Not wahrscheinlich in die Defensive stellen können. Als nächstes ist Matthias Decelio, Linksverteidiger, der auf jeden Fall auf rechts ran kann, als so sehr, sehr variabel. William Cavaglio, den wollte ich eigentlich auf jeden Fall als Schweglerersatz haben, aber der war schon, oh, der war teuer, der war ganz schön teuer und Sporting wollte Schwegler auch irgendwie nicht haben, deswegen war es ein bisschen schwer. Als nächstes auch Mauro Icali, der war zusammen mit Nicolas Lopez meine neue Sturm-Variante, die ich gerne hätte, aber ich wollte erst mal noch nicht Cadletz abgeben, sondern dachte mir, Eigner, den brauche ich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, ja, kannst du vielleicht den mit einarbeiten in den Transfer. Als nächstes dann Alberto Moreno, den hatte ich mir als neuen Linksverteidiger rausgesucht, denn, ja, Okjipka geht so geile Flangen und so, aber er ist halt schon extrem langsam eigentlich und so gut defensiv jetzt auch nicht, das heißt, der wäre auf jeden Fall ersetzbar gewesen. Deswegen, Alberto Moreno sah nach einem sehr, sehr geilen Verteidiger aus, nachdem ich den gescoutet hatte. Und, ja, als nächstes dann Balde Diago Cater, der war einfach einer von denen, die ich mir schon lange mal ausgesucht hatte, mal ausprobieren zu wollen, dass es hier nicht ein Ultimate Team gibt, sondern nur im Karrieremodus wollte ich den mal ausprobieren und für ein bisschen Geld dachte ich, kriege ich den vielleicht zu mir rüber. Dann kriegen wir ein Angebot von Granada für Vazlava Caterlets und ich dachte mir, das ist mein einziger guter Stürmer, seit Joselou jetzt weg ist. Deswegen muss da schon ganz schön abatzen Geld rüberkommen, damit ich mir einen Ersatz kaufen kann. Und deswegen 15 Millionen, aber die werden natürlich nicht akzeptiert, kann ich schon mal vorwegnehmen. Und von daher, ja, bleibt Caterlets fürs erste Mal unserem Klub erhalten. Ja, Alberto Moreno war dann auch so, dass, ja, die Werte in der Sevilla da ein bisschen strenger waren, als dass sie so wenig akzeptierten. Deswegen nochmal 500.000 hochgegangen, plus Celozzi. Da dachte ich mir, das klingt nach einem fairen Deal. War Sevilla vielleicht nicht ganz so von überzeugt, von dem, was ich dachte. Aber, naja. Hier seht ihr dann, dass ich mich dazu entschieden habe, Ikadi plus Geld, also Geld plus Caterlets für Ikadi zu bieten. Das ist schon so ein kleiner Wunderstürmer aus, von Inter. Deswegen, den wollte ich schon unbedingt haben eigentlich. Und mit Caterlets hatten wir zwar einen guten Stürmer, aber es ist keiner, den man so im Karrieremodus erwartet irgendwie, da er nicht das Potenzial hat, ja, dass andere gute Stürmer haben in seinem Alter. Und von daher wollte ich lieber einen haben, von dem ich weiß, dass er nächste Saison wahrscheinlich unser bester Stürmer, unser bester Spieler im Team sein wird. Und das wäre in dem Fall zum Beispiel Ikadi gewesen oder auch Nicolás López oder, ja, wer auch immer noch vielleicht angeboten wird. 7 Millionen und Caterlets habe ich dann das Angebot erhöht, denn Ikadi war schon relativ teuer zu diesem Zeitpunkt. William Cavallo weiterhin wurde hart gefeiert. Mittlerweile waren wir bei 4, 5 Millionen und Schwegler angelangt. Aber, ja, Sporting blieb weiterhin sehr, sehr, sehr störig. Und von daher wurde das ganz schön, ganz schön eng mit Cavallo. Denn irgendwann sagt ein Verein ja auch mal, ey, nee, 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 jetzt reicht es uns. Du fragst dieses Transferfenster nicht mehr an. Und, ja, das ist mir bei einigen Spielern, auf die ich hier geboten habe, heute, äh, oder ist ja gerade in der Episode, passiert. Aber, ja, halb so schlimm ist wirklich kein Beinbruch, denn meistens hat man ja doch noch ein paar Alternativen im Petto, auf die man bieten kann, aber, aber ein paar wollte ich auch, dass es nicht passiert, deswegen Ikadi noch einmal hochgegangen, äh, auf 7,5 Millionen und Caterlets. Dann, äh, verleihen wir wieder ein paar von den Spielern, die wir sowieso schon letztes Jahr verdienen haben, was ganz gut ist, natürlich, einfach, weil wir dadurch natürlich, äh, ja, nochmal ein bisschen Platz kriegen im, 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 sorry, im Kader. Und außerdem unsere Spieler, die wir wohl, ähm, ja, sowieso nicht spielen lassen würden, dass die dann natürlich nochmal ein wenig Einsatzzeiten bekommen bei anderen Vereinen, was natürlich auch immer eine schöne Sache ist. Und von daher, ja, bin ich immer ganz froh, wenn ich die Spieler von mir wegbekomme. So, ihr seht, wir haben weiter um Alberto Moreno gekämpft, deswegen habe ich ihm jetzt nicht mehr Cielozzi und 2 Millionen geboten, sondern 2 Millionen und Ogczupka. Ja, den wollte ich eigentlich schon ganz gerne haben. Oben habt ihr kurz vielleicht gesehen, dass ich auch auf Ljajic geboten hatte. Der ist eher so eine falsche 9, wenn man ihn bei uns reinbringen würde, da hätte ich System umstellen müssen. Aber da auch Ikadi akzeptiert wurde, habe ich mich dann dazu entschieden, Ljajic fallen zu lassen und stattdessen mich auf Ikadi zu konzentrieren. Den wollte ich dann doch schon dringender haben. Als nächstes dann noch den Wertenherrn Balde Diocaeta von Lazio Rom. Da wurde auch das 3 Millionen Angebot akzeptiert. Und ansonsten wurde auch dann Alberto Moreno akzeptiert. Also so langsam ging es dann doch richtig gut. Aber ob das Geld für alle für diese Spieler reicht, man weiß es nicht. Dann musste ich nochmal hochgehen beim Herken Ikadi. Der wollte ein bisschen mehr Geld haben, wollte essentieller Stammspieler sein, was ja auch verständlich ist, da er mit Abstand unser bester Spieler sein wird. Und höchstwahrscheinlich in den nächsten Jahren. Aber als nächstes erstes akzeptieren wir mal als ersten Transfer dieser Saison. Balde Diocaeta, 19-jähriger Flügelstürmer von Lazio Rom, der uns also jetzt hoffentlich ein bisschen nochmal Breite in der Offensive geben kann. Kann auf links ran, kann auf rechts ran, kann in der Mitte ran. Also auf jeden Fall einer, der von der Bank nochmal für Schaden sorgen kann. Dann geht es ins erste Testspiel der Saison gegen Athletic Bilbao. Und das endet dann auch direkt mal mit einem souveränen 3 zu 1. Zweimal Meier, einmal Rode, die Torschützen. Ja, dann ging es weiter in Transferverhandlungen. Und zwar wollten wir natürlich Alberto Moreno haben. Auf jeden Preis jetzt. Ich meine, endlich hatten wir es geschafft, Sevilla zu einem Ideal zu überreden. Aber sie wollten einfach nicht. Dann leider der Verhandlungsabbruch mit William Cavaglio. Dafür aber bekommen wir unseren Wunschstürmer, zumindest mein Wunschstürmer, der ist Mauro Icardi. Allerdings, ja, musste ich nochmal kurz überlegen, ob ich es wirklich will. Und letztlich habe ich mich dann doch dazu entschieden, nachdem ich auch nochmal kurz am Dingsrum gespielt habe, am Transferregler, am Geldregler. Ja, das wird Icardi also als unsere neue Sturmspitze begrüßen. Dankeschön an Vazlav Kadlitz für eine starke Saison. Wahrheit kein Überstürmer, war ja nicht mal unser bester Scorer in der Liga. Hat trotzdem wichtige Tore auch für uns erzielt. Aber letztlich ziehen wir jetzt weiter nach vorne. Und da wir uns ja immer weiter platzieren wollen in der Liga, wie schon unser Liga-Team in Champions League-Qualifikation deutlich höher ist als letzte Saison. Ja, geht es für uns auch darum, dass wir so langsam auch richtig gute Spieler bekommen. Nächstes Spiel, äh, nee, 2 zu 2 gegen Liverpool kann man mit Leben. Icardi und Maier, die Torschüs sind also direkt mal Tor für Icardi im ersten Spiel. Das ist natürlich ein starker, starker Start. Aber dann die erste Schocknachricht. Sechs Wochen Ausfall für Nastasic. Das heißt, der Fab ist auf jeden Fall die ersten Spieler in der Liga. Äh, das ist natürlich nicht ganz so geil. Aber ein Ausfall in der Innenverteidigung können wir immer verkraften. Denn ganz ehrlich, haben noch Sumata und Zambrano und Kempf. Also das lässt sich auf jeden Fall noch kompensieren. Dann verleihen wir Stendera auch nochmal eine Saison. Da ich einfach zu gut besetzt bin, diese Saison auf der Offensiven mit, ähm, äh, äh, Maier, Maier und Kittel. Das ist einfach zu viel für Stendera noch. Aber, oh, vielleicht kommt es eine Zeit ja noch. Habe ich probiert, mir so ein paar Talente auszuleihen mit Kaufoptionen, die ich gescoutet hatte und irgendwie ziemlich krass aussahen. Aber dafür hat unser Geld schon gar nicht mehr gereicht. Denn es reicht leider Gottes nicht mal mehr für Alberto Moreno. Da muss ich jetzt sehen, wie ich das mache. Ob wir den bekommen oder nicht, das erfahrt ihr leider erst in der nächsten Episode. Ob wir es irgendwie schaffen, ja, was zu verkaufen. Oder ob wir den Vorstand überreden können, uns mehr Geld zu geben. Oder ob wir es am Ende lassen und doch mit Oktypka verweilen. Er erfahrt ihr leider erst in der nächsten Episode. Aber erstmal gewinnen wir noch 4 zu 0. Zweimal Ekeli, zweimal Maier. Also, so lief das echt ganz gut. Allerdings habt ihr es vielleicht gesehen. Die nächste Verletzung, diesmal Timo Werner, der für 8 Wochen ausfallen wird. Und der Vorstand gibt uns ganze 275.000 Euro mehr Geld. Was natürlich alles andere als überhaupt reicht für Moreno. Wir verleihen den nächsten Kappelhof unseren Talent, der ja vom Scout gescoutet wurde. Nabry mischt mehr Geld. Januzay möchte gerne spielen im ersten Spiel, was er natürlich machen wird. Aber damit sind wir am Ende angelangt. Und wir gucken nochmal auf den Berichten sehen, dass wir unsere besten Spieler auf 79 haben. Das ist Ikadi, Jung und Rode. Und ja, wenn es euch gefallen hat und ihr auf die neue Saison freut, dann lasst mich wissen mit einer Bewertung oder einem Kommentar. Und dann hören wir uns hoffentlich bei einem nächsten Video wieder, wo ihr auch dann erfahrt, was mit Moreno passiert. Und ob wir vielleicht noch was verkaufen. Und bis dahin. Tschüss.